Schwungvolle Frische – der Deckenventilator Eco Aviatus Das schwungvolle Design der modernen Flügel in Form von Windrädern macht den Eco Aviatus zu einem stilvollen Element der Inneneinrichtung. In Kombination mit dem tropfenförmigen Ventilatorgehäuse passt der Deckenventilator perfekt zu modernen Inneneinrichtungen. Denn auch die Ventilatorflügel sind in den Größen 132 oder 162 cm verfügbar und in den Dekoren Ahorn, Kirsche, Nussbaum, Silbergrau oder Basaltgrau erhältlich und kombinierbar. In den Gehäusefarben Chrom gebürstet, Lack weiß und jetzt auch Basaltgrau erhältlich bietet der Eco Aviatus Vielfalt und Individualität. Der energiesparende Gleichstrommotor kann über die mitgelieferte Fernbedienung in 6 Geschwindigkeitsstufen reguliert werden. Die integrierte Deckenleuchte ist dimmbar und sorgt für angenehme Beleuchtung. Auf Wunsch kann die Laufrichtung des Deckenventilators an der Fernbedienung gewechselt werden. Der Eco Aviatus ist ein energiesparender Deckenventilator in modernem Design und mit zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten.